Hast du dich jemals gefragt, wann es dir einfacher fallen würde, deinen Traumkörper zu erreichen? Wenn du maximal gestresst bist oder wenn du komplett ausgeglichen und die Ruhe in Person bist? Ich denke, die Antwort darauf kennen wir beide. Und ich will dir in der Episode mal erklären, warum man Fitness nicht nur auf Ernährung und Sport reduzieren soll. Du hast mit Sicherheit schon mal von unserem Unterbewusstsein gehört. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen uns, dass 90 bis 95 Prozent unserer Denkleistungen und Entscheidungen unterbewusst ablaufen. Bedeutet, wir können nur circa 5 bis 10 Prozent selber beeinflussen und selbst bestimmen. Dazu kommen wir aber gleich noch genauer und keine Sorge, ich erkläre das Ganze so einfach und unkompliziert wie möglich. Und ich gebe dir zum Schluss auch noch ein paar Lösungsvorschläge für das Ganze. Du kannst dir das Ganze aber genauso mit Sport und Ernährung vorstellen, wenn es darum geht, deinen Körper zu formen. Sport und Ernährung sind die 5 bis 10 Prozent. Die restlichen 90 bis 95 Prozent werden von deinem Lifestyle, von deinem Alltag und dementsprechend auch von deinem Stress bestimmt. Und ich will dir jetzt mal erklären, warum. Wir haben auf der einen Seite einmal die Dinge, wo wir uns einfach selbst im Weg stehen und auf der anderen Seite haben wir die Dinge, die wir eben nicht selbst beeinflussen können, wo wir nicht selbst entscheiden können. Dinge, bei denen wir uns selbst im Weg stehen, sind beispielsweise Zeitmangel. Klar, du wirst mir jetzt sagen, ja, aber den Zeitmangel kann ich doch selbst nicht beeinflussen. Das stimmt, kannst du nicht. Der Punkt, auf den ich hier aber hinaus will, ist der folgende. Zeitmangel sorgt bei vielen dafür, dass man sich überfordert fühlt, sich dadurch einfach selbst im Weg steht und gibt vielen auch einfach das Gefühl, okay, ich habe gar keine Zeit, mich gesund zu ernähren. Wobei das aber auch ein kompletter Irrglaube ist. Weil, wenn ich mal so doof in den Raum frage, Essen musst du sowieso. Ob du was Gesundes oder was Ungesundes ist, bleibt dir überlassen. Die Zeit, die dabei drauf geht, bleibt dieselbe. Schreib mir mal unten in die Kommentare oder wenn du den Podcast bei Spotify oder Apple Music oder wo auch immer hörst, dann schreib mir mal eine Nachricht bei Instagram, ob du mit dem Ganzen auch schon solche Erfahrungen gemacht hast und wenn ja, welche. Kommen wir jetzt aber mal zu den Dingen, die wir nicht selbst beeinflussen können, beziehungsweise die wir nicht beeinflussen können, wenn es schon zu spät ist. Durch unseren hektischen Alltag und dem daraus resultierenden Stress und der Überforderung produziert unser Körper ein paar Hormone im Überfluss, die nicht so super für uns sind, wie beispielsweise Cortisol. Und nein, verstehe das jetzt bitte nicht falsch. Diese Hormone sorgen nicht dafür, dass wir kein Fett verlieren können oder dass wir auf magische Weise zunehmen. Was durch einen Überschuss von diesen Hormonen in unserem Körper aber passiert, ist folgendes. Du hast mehr Hunger und mehr Appetit als sonst, isst dadurch mehr und in der Regel auch mehr Ungesundes und als Folge daraus nimmst du dann zu. Und das passiert aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Wenn wir in der Evolution mal ganz, ganz weit zurückgehen und mal darüber nachdenken, was von uns Menschen das eigentliche Ziel auf dieser Erde ist, dann kannst du das auch verstehen. Weil unser Ziel hier auf der Erde ist nicht, in Topform zu sein oder extrem viel Geld zu haben oder glücklich zu sein oder sonst irgendwas. Unser einziges Ziel ist zu überleben und uns vorzupflanzen. Und für unseren Körper stellt Stress auch immer ein Signal von Gefahr dar, dass unser Leben in Gefahr wäre. Und wenn wir mal zurückdenken, in Vergangenheit war Essen nicht im Überfluss dar. Aus dem Grund sorgt Stress am Ende des Tages dann auch für diese Cravings, für die Heißhungerattacken, dass wir Bock auf hochkalorische Lebensmittel haben. Einfach so dumm das auch klingen mag, um unser Leben zu retten. Natürlich, in unserer heutigen Gesellschaft ist das nichts Gutes, weil diese Lebensmittel an jeder Ecke im Überfluss vorhanden sind. Lass mich das aber auch so klar sagen. Wenn es schon so weit ist, wenn es schon zu spät ist, kannst du da auch relativ wenig gegen machen. Ich bin mir nämlich relativ sicher, du hattest in deinem Leben auch oft schon mal diese Momente, wo du dir irgendwas Ungesundes zu naschen geholt hast. Und während du dir das geholt hast, hast du dir schon gedacht, eigentlich will ich das gar nicht essen. Und dann aber trotzdem gegessen hast und auch einfach nicht aufhören konntest. Und genau das ist der Punkt. Unser Unterbewusstsein ist stärker als du, ist stärker als ich. Und wie gesagt, wenn wir dann in dieser Situation drin sind, wenn es schon zu spät ist, können wir da fast nichts gegen machen. In der Regel kommt dann aber auch noch Folgendes dazu. Wenn du jemand bist, der viel Stress hat und den ganzen Tag beschäftigt ist, weil er viel Verantwortung hat, noch eine Familie hat, noch andere Verpflichtungen hat, ist vermutlich auch dein Schlaf nicht der Beste. Nicht nur, was die Schlafqualität angeht, sondern auch generell, was die Schlafdauer angeht. Und hier geht es dann weiter. Zu wenig Schlaf sorgt dafür, dass unser Hungerhormon vermehrt ausgeschüttet wird und unser Sättigungshormon reduziert wird, was dann auch wieder zu Heißhunger und übermäßigen Essen führen kann. Und zu wenig Schlaf ist am Ende auch wieder mit mehr Stress verbunden. Wie du siehst, ein Teufelskreislauf. Du siehst an dem Ganzen also, dass es Dinge gibt, die einen viel, viel größeren Einfluss darauf haben, ob du in Form kommen wirst oder eben nicht. Du wirst gegen dein Unterbewusstsein nicht ankommen. Das kann ich dir garantieren. Eventuell schaffst du es mal eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen, nur um dann wieder komplett von der Spur abzukommen. Genau das ist auch der Grund, warum du in meinem Coaching nicht einfach nur einen Trainingsplan oder einen Ernährungsplan bekommst und ich dir sage, ja, halt dich jetzt dran. Weil ich weiß ganz genau, dass du so niemals langfristige Erfolge erzielen wirst. Man muss das Ganze einfach viel ganzheitlicher sehen und nicht immer nur aus der Perspektive Ernährung und Sport. Okay, jetzt habe ich dir gesagt, wie chancenlos du gegen das Ganze bist. Aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, um das Ganze zu lösen und um das Ganze bzw. um dir dein Leben einfach einfacher zu machen. Und darüber unterhalten wir uns jetzt. Tu mir vorher aber bitte zwei Gefallen. Wenn dich solche Themen interessieren und du mehr darüber wissen willst, mehr über deinen Körper, mehr über dich lernen willst, unten in der Beschreibung ist mein gratis Newsletter-Fall. Indem du zweimal in der Woche Tipps, Tricks, Anleitungen und vor allem auch eigene Erfahrungen von mir und meinen Klienten bekommst, die dir dein Leben hundertmal einfacher machen. Gerade wenn du in Top-Form kommen willst. Also trage dich da unbedingt ein und bitte klick hier auf jeden Button, egal ob Like oder Abo, weil dadurch wird mein Kanal mehr Leuten angezeigt und am Ende des Tages unterstützt das einfach meine Arbeit. Dafür wäre ich dir extrem dankbar. Kommen wir jetzt aber zu den Lösungen. Und nein, es geht hier gar nicht darum, den Stress loszuwerden oder auszuschalten. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ist das in unserer heutigen Gesellschaft fast unmöglich. Es geht einmal darum, einfach Ventile zu finden, um besser mit dem Stress klar zu kommen, aber auch darum, sich einfach mehr auf seine Erholung zu fokussieren, um dadurch den Stress ein bisschen zu senken. Und ich kann das wirklich nicht oft genug sagen, aber der wichtigste, der wirklich wichtigste Faktor ist dein Schlaf. Heutzutage wird in dieser Hustler-Kultur ja immer gepredigt, schlafen kannst du, wenn du tot bist, du brauchst keinen Schlaf, Arbeit, Arbeit, Hustle, Hustle und bla bla bla. Und glaubt mir, ich habe mir das früher so krass zu Herzen genommen, weil diese ganzen Motivationstrainer und diese ganzen erfolgreichen Leute predigen das ja. Ich habe rund um die Uhr gearbeitet und wenn ich nicht gearbeitet habe, war ich beim Sport. Ich habe dann enorm wenig geschlafen und mich dadurch immer kaputter und immer gestresster gefühlt und trotzdem so weitergemacht. Glaubt mir, das ist nicht nur ein Rezept für ein miserables Leben, sondern auch ein Rezept für Burnouts. Nicht nur, dass zu wenig Schlaf, wie eben schon gesagt, dafür sorgt, dass es dir hundertmal schwieriger fällt, in Form zu kommen. Es sorgt auch dafür, dass du tagsüber 20 mal weniger Leistung hast, dich nicht konzentrieren kannst und aus dem Grund dann auch absolut nicht produktiv bist. Und dann kannst du 16 Stunden am Tag arbeiten. Wenn du nicht produktiv bist, bringt dir das nichts. Also, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag nur wach zu sein. Der Schlaf ist der größte Hormonregulator. Das bedeutet, dass unsere Hormone im Schlaf wieder zurück auf ihre Baseline gesetzt werden und im Ausgleichs. Er sorgt dafür, dass unser Gehirn gereinigt wird und wir dadurch wieder klarer und besser denken können. Ich könnte alleine darüber noch stundenlang sprechen. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung garantieren, Wenn du an deinem Schlaf arbeitest, wirst du deinen Stress schon so krass reduzieren können, dass es schon fast beängstigend ist. Und dadurch wird dir alles andere hundertmal einfacher. Der nächste Punkt ist der folgende, mit dem ich, wie du vermutlich weißt, auch extrem lange zu kämpfen hatte, weil ich einfach kaffeesüchtig bin. Hier, Kaffee. Das Problem ist, Koffein stimuliert die Ausschüttung unserer Stresshormone, wie Cortisol und Adrenalin. Und nein, das bedeutet jetzt nicht, dass du keinen Kaffee mehr trinken solltest. Wie du siehst, ich habe es auch nicht aufgegeben. Das bedeutet einfach, wenn du jemand bist, der, so wie ich, 5, 6 Tassen am Tag getrunken hat, dass du den Konsum reduzieren solltest und am besten spät am Tag auch gar keinen mehr trinken solltest. Ich persönlich, wir haben jetzt 12 Uhr, trinke meinen letzten Kaffee spätestens um 13 Uhr. Danach keinen mehr. Und ich kann dir sagen, mein Schlaf ist tausendmal besser geworden und mir geht es auch einfach tausendmal besser. Das Ganze gilt aber nicht nur für Kaffee, das gilt auch für Energydrinks und Pre-Workouts. Wenn du abends um 20 Uhr trainieren gehst und dir vorher einen Pre-Workout mit 2000 Milligramm Koffein reinballerst, viel Erfolg dabei, einen erholsamen Schlaf zu bekommen. Selbst wenn du schnell einschläfst und auch durchschläfst, wird das kein erholsamer Schlaf sein. Und ich kann dir garantieren, 90% der Menschen wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, mal richtig ausgeschlafen zu sein und mal gut geschlafen zu haben. Selbst wenn man 8 Stunden schläft, die meisten wissen es nicht. Deswegen versuch bitte, den Konsum zu reduzieren. Glaub mir, es hilft. Und dann auch mit einer der wichtigsten Punkte, nimm dir öfter mal Auszeit. Ich weiß, gerade in unserer heutigen Gesellschaft kommt es uns immer so vor, als hätten wir keine Zeit für Pausen oder eine Auszeit. Weil wir irgendwie immer durchziehen müssen und irgendwie immer noch mehr machen können. Aber eine sehr nette Dame hat mir früher mal gesagt, wenn wir denken, wir haben keine Zeit für eine Pause, dann brauchen wir erst recht eine. Geh raus, eine Runde spazieren, ohne Musik, ohne Ablenkung. Einfach alleine mit dir und mit deinen Gedanken. Wenn du mal eine kleine Auszeit hast, versuch nicht, dich abzulenken mit Social Media, WhatsApp oder irgendwelchen anderen Ablenkungen. Sei einfach mal mit dir und deinen Gedanken alleine. Nimm dir bewusst Auszeiten, wo du mit deinen Gedanken allein bist. Glaub mir, gönn dir diese Zeiten. Ich garantiere dir, du machst dir dein Leben 100 Mal einfacher. Und ich bin mir auch zu 100% sicher, wenn dir diese Episode ein bisschen geholfen hat, dann wird dir auch diese Episode hier enorm weiterhelfen.